Yeah, das ist Touch the Lake TV, wir sind hier, wir freuen uns auf unser Konzert am Touch the Lake. Touch the Lake, ein unglaublich schönes Festival, direkt am Zürichsee auf der China-Wiese am Zürichfest am 2. bis 4. Juli. Wir werden dort sein, wir werden live performen, es werden auch andere Leute dort sein. Snoop Dogg wird live performen, Gaga Gaddafi wird live performen, er ist auch extra schon dahin gekommen für den Videotermin. Wir haben im Hintergrund diverse Leute, die wir sehen werden, hoffe ich auf der Bühne oder neben der Bühne. 40'000 Leute werden erwartet und wir hier auf dem Fantastic, wir werden Songs präsentieren aus unserem neuen Album. Disco Kugeln, welcher ihr auch jetzt rauskommt und welcher ihr euch alles kaufen solltet. Und es wird ein unglaublich schönes Festival, ich hoffe wir sehen uns dort und ich hoffe ich sehe jetzt auch meinen DJ wieder, den DJ Arts.